Hallo Schöne, willkommen zurück zu Never Alone. Wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich mir die letzten zwei Kultureinblicke gesichert. Von daher können wir uns heute alles mögliche anschauen. Und ich werde auch ziemlich wenig dabei reden, damit das einfach so rüberkommt, wie es von den Entwicklern vorgesehen ist. Ich weiß nicht, wie lang das dauern wird, hier alles anzuschauen. Aber mal gucken, wie lang das Video wird, vielleicht muss ich es in zwei Teile teilen. Ja, höchstwahrscheinlich. Wenn jedes eine Minute dauert, dann ist es okay, aber das glaube ich fast nicht. Also, ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. Auf geht's. Eine von den Dingen, die ich denke, dass viele Leute verstehen müssen, ist, dass wir nicht ein Museumspiel sind. Die Inupiak people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals. And that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders, very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiak. I'm from the Arctic Ocean. Inupiak, Inupiak. I am Inupiak. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are. And we want to continue that. Ach ja, das gefällt mir. Aber ohne viel zu kommentieren, wir gehen der Reihe nach durch. Ich möchte gern eine Geschichte hören. Abonniak. It'll be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be relaxing, laying down there, and saying, you know, it would be really nice to hear a story. And then just organically someone would just start telling the story. Storytelling for the Nupiak people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories, we all live in stories, we all tell stories to our friends, and they need to be told, they need to be heard. The only way to find out is the story. Sie ist echt ein sehr guter Filmdirektor. Und wenn einer eine Geschichte gut erzählen kann, dann ist das Gold wert. Schade, dass das hier in Deutschland, zumindest was in meiner Familie nie wirklich Geschichtenerzählungen oder sowas gab. Na, ein bisschen schade. Aber es ist schön, dass das in der Kultur noch so verankert ist. Was hat es denn mit Scrimshaw auf sich? Ist das einfach nur eine Form der Kunst? So Scrimshaw ist ein sehr schönes Methoden von Art. Das ist auch auf Balein oder Ivory. Traditionally, es war so genutzt zu erzählen. Es ist eine Geschichte von einem Event zu erzählen. Karibu-Hunting war, das ist was passiert. War begann während dieser Zeit. Und so es gibt einen Zeitlinien von Geschichte durch Etching. An elder oder die Person die Schaden hat es, würde literally be able to read the Scrimshaw story. Es ist wie ein Buch, in a way. A lot of die Storytelling Tradition, würde es dann, dass, nach dem Storytelling war, dann, wir einfach nur die nächste Person erzählen. Und so Scrimshaw ist eine sehr wichtigste Weise für die letzten Jahre die Menschen, die ihre Geschichte zu recordieren. Das ist ja mal sehr geil gemacht. Sehr schön. Awww. Wie süß. Wenn ich war, meine Eltern hatte eine Petten White Fox. Wenn du ein guter Freund mit einem Fox, wenn du da gefährd hast, sie versuchen, zu schützen dich zu werden. Sie holen tricks hier und da. Foxes sind wie kleine kleine Kinder, in der Weise. Wenn du sie aufhörst, sie würde pranzieren, in der Luft, in der Luft, in der Luft. Ich wusste, dass sie so glücklich sind. Sie würde mich aufhörtern, würde mich aufhörtern, würde mich aufhörtern, würde mich aufhörtern. Und ich würde nicht aufhörtern. So, das war mein Erinnerung von mein Papa's pet fox. Ja, aber... Uff. Süß sind sie auf jeden Fall. Aber trotzdem wilde Tiere. Karibus? Was? Ich dachte immer, Karibus wären Vögel gewesen in Australien. Aber scheinbar sind das die Elche, die es in Alaska gibt. Mal gucken. Ist interessant, wie die höchstwahrscheinlich dann auch mit der Kleidung trotzdem mit der Natur im Einklang stehen. Dass die auch wirklich alles vom Tier verwerten, wenn die eins töten. Das könnte damit auch... Oder das könnte da auch mit erläutert werden. Schauen wir mal. Karibu was... It provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all Karibu skin. I grew up wearing Karibu bands, mittens, Karibu skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, seal skin sole bottoms. Bailene was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the Karibu skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter we would get Karibu in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside and 50 below and it wouldn't bother you a bit. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna or the land and it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's very spiritual and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home. Or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that keep themselves. It's all of all of that. In the winter, when we're traveling, we didn't build sod houses. We built snow houses. In Canada, they call them igloo. But here in Alaska, we call them apuyak. We do a day of travel, and then we'd make an apuyak. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat. And then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at the bar. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We'd just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while the kids played outside or go to sleep. By the time we'd get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother. And then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 85 kind of time, you know. We were in a totally different kind. We were in ecological time. Drums is something that is common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences oder die Materialien sind, aber es ist immer noch eine Rekognition von Leben und Vitalität. Und die Drammik-Mirror ist die Harte-Beat. Und wenn man weitergeht, dann wird es in line mit der Harte-Beat. Das ist die Harte-Beat der Harte-Beat. Das ist die Harte-Beat der Community. Und es symbolisiert die Harte-Beat. Und es ist der größte Gefühl, dass die Harte-Beat der Harte-Beat ist. zu sein und zu haben eine lange Reihe von allen drumherlern. Und das Gefühl, die Harte-Beat der Harte-Beat in die Harte-Beat, das Drum-Beat in die Harte-Beat ist der wichtigste Gefühl. Und es ist die ganze Harte-Beat, die Sie es auf der Lande zu. Auch wenn Sie von der Gemeinschaft sind, das in Sie kommt aus der Harte. Und das ist der größte Gefühl. Musik 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 Es gibt viele Furies, die in den Alaskan sind. Die Leute sind von der Elbe zu den Tipps von den Fingern. Und sie haben superhuman strengthens. So sie sind klein, aber sie können eine ganze Karibou. Und wenn man nach vorne geht, und man mit einem anderen Menschen in der Gemeinde, sie sprechen über die kleinen Leute. Es gibt einen Ort, wo wir wissen, aber wir haben es nicht für jemanden. Aber es ist nicht wie der Bogeyman. Sie können michchievious, sie können ornery, oder sie können helpersen. Und immer noch und dann, wir haben die Möglichkeit, sie zu sehen, wenn sie sie wollen, sie zu sehen. Die Fakten, dass es in Alaska ist, wirklich über unsere Geschichte, und wie wir mit der Natur interaktieren. mit der Natur um uns. Die Bole 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 oder die Bole So we all jumped up startled and my dad he started running we got back to the ridge there the the ice had fractured cracked and broke off and we were floating away we were we were drifting it was close enough to where my dad would have made it he stopped and he thought about throwing us across and if one of us was on the other side we would be split up so he stopped and he just so happened to have a cell phone. on him 9-1-1 didn't pick up that's the worst feeling in the world right there 9-1-1 did not pick up so he left a message because they record their calls once he had relayed that information his cell phone died that was the scariest moment I've ever had in my life we were floating away and I thought we were left for dead he kept calm during this situation he's bringing out everything positive in this case you know I'm crying my brothers freaking out I went from clear blue to dense dense fog within a couple hours we heard the chopper flying around so they must have gotten our message we thought we were saved and then the chopper sound went away so we lit some of the sled on fire it's plastic we thought black smoke in the fog would create some kind of marker chopper pilot had mentioned when we got rescued you could see a glow in the fog and he slowed down there and sure enough as soon as he slowed down we got within visual that was definitely the scariest moment in my life was floating away and not knowing what the outcome was going to be that's the only thing I think that's the most important thing is that I'm going to be stell dir mal vor du treibst da auf einer eisscholle im offenen meer rufst in notruf und es geht keiner ran aaaaah fuck ey in wasser könnten sie auch nicht rein und zum land schwimmen da überlebst du keine zwei minuten titanical ist grüßen aber das ist schon das ist das ist das ist schon sehr krass aber immerhin hatten die in schlitten aus plastik was auch wieder ja ein bisschen seltsam ist also wahrscheinlich ganz normal ja aber diese kompletten abgelegenen zivilisationen stämme selbst die haben handy handy empfang plastik sachen also es ist irgendwie schade dass die nicht so mehr so komplett mit der natur verbunden sind in der hinsicht aber auch verständlich alles was das leben bequemer macht warum sollte man das nicht benutzen das ist der antrieb der menschheit und menschlichen entwicklung wenn der mensch faul ist sucht er sich eine bequemere lösung siehe auto zum beispiel mhm we're already saying siehle allanmochtuk wir haben Wenn der Hecht ist, wie es jetzt ist, für uns, es wird ziemlich schlecht sein. Differenzierungen kommen, und sie kommen früher. Und manchmal, es ist mehr als was wir wollen, denn wenn es mehr Wasser gibt, wir wissen, dass es die Pfermafrost wird. In meinem Zeitpunkt als ein junger Koehler, als ich 9 Jahre alt war, wir haben von einem Eis, das war über 25 feet thick. Und da waren gianten Eisbergs bereits flogen, kommen bei. Das war die erste Signale, der verändert sich die Klima. Eis, das niemals vorher war, war jetzt nicht mehr, und jetzt, hier es ist 50 Jahre später, wir haben eine Waffe von Eis, das 18 in die Höhe ist. Es ist keine mehr Thick Eis. Es ist eine Malfunction in unserer Weh-League-Season, das ist so, und eigentlich mehr als das, in allen Seasons in general. Ich denke, wir sind mehr Wissenschaftler, denn mehr Menschen werden es realisieren. Wir haben mehr Wissenschaftler über diese Dinge, denn die Menschen werden es nie wissen. z.T. Der D famig mit Hals Walfänger mit 9? Hehehe... alter Lachs... Das ist heftig früh. Tiere töten auf die Art und Weise mit Neuen. Allerdings wachsen die ja auch das ganze Leben mit der Verbundenheit mit der Natur auf. Geben und Nehmen. Es ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, Oh no, it's a mother. Wir wussten immer, Traditionally, dass wir die Mutter nicht töten. Es hat immer immer gegründet für uns, um sie zu retten. Er musste sich auf die Council presentieren. Und so er war die Arbeit für die Mutter der Baby. Und wir haben es gehalten. Es wurde so groß, es ging über die Barrikade ein Tag. Oh Gott, Jan! Oh Gott, das ist es. Eine kleine Mädchen in der Welt. ziemlich in die Leihkmosphäre. Nein, einfach mal einen Eisbären großziehen... Na, ist klar... Leben ist Subsistenz, wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, da ist schon noch ein bisschen was... Hm... Komm, den schauen wir uns noch an... und dann machen wir Schluss für heute. in you know arctic alaska hunting is a really important part of life it's not just about going and shooting something it's about going and putting food on the table but more importantly you know subsistence hunting isn't just about the insular family unit it's about feeding the whole community and i think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in alaska is that people go out and they'll go get you know fish or they'll get a caribou and they'll get you know seals and whales and one of the first things they'll do is they'll say oh i need to take this to the elders this isn't just about one individual surviving or one family surviving it's about the whole community we didn't just go out and kill and put and put in a freezer it's like a ritual that i learned from my parents it's it's all about relationship i don't know i think there's there's a lot of camaraderie involved uh and 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 just being out on the land or being out on the ocean it's like getting back in tune i'd rather be out there to me once i go out there it's the world that i learned from that is auch sehr geil dass die halt wirklich für die komplette gemeinschaft jagen das stärkt auch das gemeinschaftsgefühl und ich glaube auch dass da in anführungszeichen verbrechen oder diebstahl untereinander auch sehr 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 selten sein wird sehr selten wenn die so viel teilen auch das ganze essen und die gemeinschaft in der die gemeinschaft in der gemeinschaft ihr wisst schon was ich mein so stark ausgeprägt ist dann wird sich auch keiner erlauben dürfen irgendeinen scheiß dreck zu bauen weil der einfach dann von der ganzen gemeinschaft ausgeschlossen gemieden oder oder sonst was wird was hat schatten seiten auch wenn es so eine starke gemeinschaft ist aber ich denke mal sehr viel positives es wäre schön was heißt schön wir sind es nicht gewohnt aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen nicht unbedingt in alaska aber irgendwo in so einer kleinen gemeinschaft wo man auch nicht in eine normale arbeit geht und steuern zahlt und gehalten verdient sondern wirklich dass die ganze gemeinschaft einfach füreinander da ist dass einer sich um gemüseanbau kümmert dass einer tiere groß zieht dass einer schreiner ist und der halt eben sachen herstellt wenn einer was braucht und das nicht als tausch handel sondern auf basis der gemeinschaft das wäre glaube ich ein entspannteres leben als wir es heute haben wir gucken uns nächste woche an was der zweite teil von diesen kulturen blicken bietet scheinbar geht es um den walfang oder um na das ist nicht unbedingt walfang das wird wieder was sehr kulturelles sein was nichts mit jagen zu tun hat sondern mit der verbundenheit mit der natur also wir sehen uns nächste folge dann gucken wir uns den rest von den kulturen blicken an also macht's gut bis dann ciao